Annalena und ihr Mann sind in Berlin unterwegs. Es ist Sommer, die Stimmung ist heiter, gerade wurden die Grünen abgewählt, die Ampel ist weg vom Fenster. Ja, wir dürfen ein bisschen träumen, ist ja ein Witz. Also Annalena und ihr Mann sind unterwegs in den Straßen, gehen da entlang, ganz gemütlich, kommen an einer Bar vorbei, vor dieser Bar stehen ein paar Gestalten, offensichtlich schon etwas angetrunken, da hält Annalena plötzlich inne und zeigt auf eine der Gestalten, die da so am Rande ist und besonders blau wirkt, sagt, Mensch, das ist doch der Klaus, den kenne ich doch. Was, sagt ihr Mann, den kennst du, Klaus? Klaus, ja, sagt Annalena, ich war mit dem fünf Jahre lang zusammen und am Ende, der hat mir sogar einen Antrag gemacht, ganz romantisch, mit, ja, im Feld hat sich hingekniet, aber ich habe abgelehnt, ich war damals einfach nicht so weit und ich bin auch froh, dass es ja mit dir jetzt so schön ist. Ihr Mann schaut den, Klaus, wie er heißt, lange, lange an, eindringlich, mustert ihn von oben bis unten und sagt dann, Mensch, fünf Jahre und der feiert immer noch.